Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trennsimulator. Ja, wir stehen hier noch immer im Bahnhof und müssen die Fahrgäste noch einsteigen lassen. Und das machen wir jetzt auch gleich einmal. So. Wenn man auf den Streckenplan guckt, dann ist der nächste halt im Geisenbach. Ja. Dann fangen wir mal weiter. Wir werden aber auch nicht so viel Gas geben müssen, weil wir werden gleich einen Perkunter rein. Dann müssen wir eher bremsen. Das erzähle ich denn. Der nächste halt, dass es in Reitritt ist. Okay. Und der nächste halt. Mhm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier nochmal über eine schöne Brücke Und einen Kuhbus Dann fahren wir hier in einen kleinen Tunnel ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis dann und Tschüss Vielen Dank.